da sind wir wieder zu halo und zwar diesmal zum dritten teil und wie es zum dritten teil passt sind wir auch endlich wieder zu dritt ja zahlers tut und jakta vier dabei und ja ich würde sagen wir gucken uns erstmal die zwischen sequenz an und alles weitere wie gehabt im spiel und legendär ein schädel mehr geht leider nicht das sind doch doofe schädel gut dann lasst uns mal nur 874 fps ich durfte aussuchen habe ich das mal erzählt ich durfte mir den spartan aussuchen sie kennen mich ich habe mich informiert ich sah wie sie der soldat wurden der sie sein mussten wie die anderen waren auch sie stark schnell und mutig der geborene anführer aber sie hatten etwas das den anderen fehlte etwas das außer mir niemand sah wissen sie was glück lag ich falsch das ist nicht gut verdammt wie tief ist er gefallen locker zwei kilometer augen auf sanitäter seine panzerung ist versteift die geschicht könnte den aufprall gedämpft haben ich weiß nicht sergeant major und wieder rufen es nicht regnen also das ist ich mir Ach, irre Idiot. Warum springen Sie immer? Eines Tages werden Sie auf etwas landen, das genauso wenig nachgibt wie Sie. Ich sammle dann nicht alles auf. Wo ist sie, Chief? Wo ist Cortana? Keine Versprechungen, bitte. Wenn Sie sie nicht halten können. Sie blieb zurück. Corporal, beilen Sie sich. Ich... Entschuldigung. Ihre Rüstung ist immer noch teilweise deaktiviert. Chief, halt! Der Gebieter gehört zu uns. Na los jetzt. Wir haben schon genug Sorgen, ohne dass Sie beide sich umbringen wollen. Wenn es so leicht wäre. Wir müssen los. Die Brutes haben die Fährte. Sie mögen den Geruch von Bulgari. Ja, das war ein kleines Produktplacement. Dafür zahlen die auch. Das ist nicht einfach. Ähm... Hatten wir gerade eine andere Zwischensequenz? Ja, das ist ja witzig. Hätten Sie jetzt auch besser. Oh, okay. Das hat er nicht gesagt, hundertwurzendig. Squad 1, hier seid ihr schwer. Und was Sie betrifft... Ah, schön. Wir hätten schon mal einmal kurz wegen der Steuerung umgestellt hier alles. Äh... Ja, da war die Zwischensequenz irgendwie anders. Ja. Ja, eifert man ja jeder. Ja. Also, legendär wieder. Neun Schädel. Diesmal, weil es einfach nicht so viele Schädel gibt. Vielleicht können wir noch ein paar freischalten. Würden mich freuen. Ja. Hier ist Johnson. Wir haben ihn. Zurück zum Evakuierungspunkt. Over. Roger, Stecker, enden. Jo. Ah, man kann ja nicht immer zweistellige Schädelanzahlen haben. In der ersten Version. Oh, das Tier hier. Immer diese Nachtmachsungen, schlimm. Ich fühl mich ein bisschen was mitbrach. Wenn wir zusammenbleiben, entdecken Sie uns. Er treibt euch, ihr Wölfe. Sucht sie. Es ist der Fall. Also, diese Granaten. Ich muss echt drauf aufpassen. Äh... Hu. Hä, hä, hä. Ja, hä, hä, hä. Ich bin beiseitegesprochen. Ach, danke. Ja, Schilde und so. Habe ich schon. Habe ich schon. Vorsicht, Granaten. Okay, ich warte. Sonst, der Trick geht's ja nicht. Ah, immer wieder schön. Irgendwie hat sie ein bisschen zerwissen. Ungewohnt, dass der Schild oben ist. Ich bin echt schnell, die Granaten, also die fliegen wirklich schnell. Ja. Ich bin echt... Oh, die Granaten. Oh, 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 oh. Oh, oh. Oh, oh. Hey. Hey, ich bin... Ey, die zweite Granate hat mich nur umgewacht. Alter, ich bin jetzt worden für den Instant. Das war ja schon. Oh, ist er da? Oh, ja, ja, jetzt. Ja, jetzt ist er tot. Jetzt haben wir ein paar Teufel. Oh, ja, 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 ja. Ja, 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 ja. Ja, 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 ja. Oh, ich bin auch, oh, verdammt. Ach Gott, oh Gott. Oh mein Gott. Ich weiß nicht, ob ich umfällig bin bei den Zutaten vorne. Sehr schön. Ja, das kürzt wieder an. Ja, das kürzt wieder an. Ja, unser Links haben uns einen schönen Spur hinterlegt. Ja, ja, so, so. Ja, Huch. Ein Huch ist nicht gut. Ich glaube, der hinterher ist ein Braut. Ja, das ist ein Schafsatz. Der ist weg. Der ist weg. Hm, komm hier, Schuder. Schade. Leider explodieren die ganzen Männer, Plasma und Dinge. Ja, das war mal lustig. Oh, ich höre was. Links ist noch ein Schadenschützer. Links in der Ecke hier irgendwo. Ich glaube, er war aber vor. Ja, da. Ist er da? Ja, der ist tot. Rechts ist noch ein gut. Oh, noch ein Zeiger. Okay, es ist einfach da. Oh, wieder Granaten. Ganz viele, äh, Grantspump. Also ganz viele Granaten. Grants gleich zu stellen mit Granaten. Und da ist einer gefallen. Okay, sie ziehen sie zurück. Die Schalkade, ihr Schild, einfach keinen Millimeter heben, wenn man sie abschießt. Ist so, oder? Oder ist mir auch schon aufgefallen? Oder habe ich mich da jetzt irgendwie... Nee, das ist mir auch schon aufgefallen. Granaten. 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 Hier links kommt einer. Uh. Ja. Äh, ich kipp's doch gar nicht. Ah, Mist. Oh, weh. Oh, f***. Da, die, wie alt? Ja. Ich weiß, wenn ihr ein guter Zeit habt. Äh, es spawnt hier sehr gut. Ja, den hat's endlich zerrissen. Ja, den auch. Melik hat sich unterwegs, Chief. Aber ich kann Bravo nicht erreichen. Sie haben sie gefunden zum Evakuierungspunkt. Ach. Le, Le, Le. Es gibt einen Erfolg bei mir, oder? Ich bin mir nicht sicher. Da müssen wir eigentlich nochmal alle sterben. Wir ballern den Lidl ganz und ballern den mit Lidl ganz zu. Oh, ich wollte gestärken. Oh nein. Oh, ich würde respawnen. Oh nein. Das ist irgendwie ziemlich schwierig. Das war eine Granate, Frau. Nein, nein, ich lebe noch. Gebiet nicht sicher, bleib bei den Fahrheiten. Können wir uns alle auf den Haufen stellen und dann springen? Moin, Leute. Ich wollte gerade raus. Einfach so am Leben geblieben. Dann kommt man zurück und hier ist noch eine Lidl. Und noch ein weiter hinten war hier auch noch eine Lidl. Hier hinten. Dann alle zu dritt und dann Lidl Sperrfeuer. Ja, wir können jetzt Dullnidl machen. Nein, nein, Dullnidl geht nicht mehr. Es war wohl irgendwie zu stark. Äh, ja gut, das sieht doch gut aus. Oh, ich hoffe, dass das geht jetzt nicht. Alle auf den Haufen. Okay. Ich bin gestorben, aber das ist egal. Rettet ihn. Er lebt noch. Alles gut. Alles gut. Oh, er hat auf alle Fälle gelabert. Weg! Ich bin im Einer, das ist nicht wirklich. Granate! Ich hoffe, du bist bereit, direkt bei Action. Das ist für die Erde. Die. Die. Vorach! Boah, du baust, boom! Granate! Granate! Verstehend, in Freize! Doch, der Ausflug! Ja, bloß nicht sterben wir jetzt hier alle. Vorach. Okay, es tut es vorbei. Geil. Ich hab es überlegt! Ja, der andere auch? ja der hat es auch überlebt noch nicht meistens muss man den ein bisschen weiter kann sein dass ich mich täusche aber irgendwas war bei dieser stelle aber zu bisschen oh halt oh halt ah Zeitlupe das ist ja wie ein Faktorium meine Schuld mich kann richtig erschrecken ähm warte wir können denen hier auch mal eine vernünftige knarre geben los los ähm mhm tot kack gut gewehr oh von hinten heute geht richtig ab mit dem gewehr er ist halt auch äh vorsicht auf der anderen seite sind scharfschützen ok das funktioniert erschreckend schlecht ja bist wir da ja so scharfschütze ist weg wir sehen wir hätten doch jetzt gut weiter scharfschütze da vor uns ist auch weg oh 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 ich habe noch gar nicht viele gegner ja ist doch gut dass ein paar mehr sind oh nein oh nein leute keine munizie mehr tot Die Errungsschaft, die wir jetzt da bekommen. Lebt er noch? Nein! Nein! Oh, ich höre nur... Seid ihr tot? Ja, gut. Er wäre da. Sehr schön. So, wenn ein Nein kommt... Ja... Richtig. Ja, wo... Bin tot. Bin... Bin da? Wieder da. Oh, bin tot. Bin tot. Haha. Oh. Alter, wir hatten das gerade. Ich bin quer durch die Karte gerade geflogen. Abfluss in Milikans. Wir haben die Session. Also los. Das ist meine Beste. Fresse. Er hat schon die Fakten gesehen. Ich habe ihn nicht gesehen. Oh! Schei! Oh, Maria! Oh, Mann! Oh Gott! Oh Gott! Oh Gott! Ähm, mich hat der Granatwerfer getötet. Moment! Ich habe Kontakt gebraucht! Geht, dass die Grunde nur die Karte heruntergevaltungen, ich habe mich noch nicht mehr, ich habe mich noch nicht mehr. Aber mit meinem Reißungen gemacht, Vielen Dank.